Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu DLS Girls 5 Skyrim. Ah ja, irgendwie ich freue mich schon, wenn ich endlich diesen komischen Harkon da besiegt habe. Ja komm, geh doch rein. Ja, halt's Maul. Willkommen, warum seht ihr euch nicht einige meiner Waren an? Dann sehen wir ja, ob wir ins Geschäft kommen. Ah doch, so ein bisschen. Das war jetzt nicht viel. Also, sucht Ideen, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Also gut. Also da, welches Gift wollt ihr probieren? Ah! Ja, ist immer lustig. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Hm. Ich habe... Werft einen Blick darauf. Mhm. Kann ich euch jetzt... Werft einen Blick darauf. Passt auf, euch Leute. Auch wenn ihr einer befreit sollt, macht ihr lieber Karten. Aber... Ja. 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 Schade. Na ja, die Hoffnung war ja da. Alles in Ordnung? Ja, ja. Mein Guter. Es ist alles bestens. Ja. Ja. Willkommen zurück. Es ist schön, euch mal sehen. Ihr wart die besten Waffen und Rüstung. Lasst euch mal wieder blicken. Na, ich bin frei. Komm. Hm. Hm. Das war's für heute. Immer noch nichts hier, man. Scheiße. Ich glaube, ich sollte mal aufhören, hier zu reisen, ey. Weil irgendwie, ich habe doch schon, ja, 19, na. Ich weiß, mehr ist besser und so, aber, ja. Ich weiß, mehr ist besser und so, ja. Na, bleib doch stehen, Mann. Geh. Ja, toll. Ich wollte mich doch verarschen, oder? Ich weiß, mehr ist besser. Ich weiß, mehr ist besser. Ich weiß, mehr ist besser. Ja, ich habe seine Seele eingesammelt. Ich weiß, mehr ist besser. 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 Ja, das ist das. Ich weiß, mehr ist besser. 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 zu oder schaden austeilen feil ins kniebe kochen süß ob ihr eine rüstung oder eine neue bühne breit im gärtner hier findet eigentlich jeder etwas sagt bescheid wenn ihr irgendwelche fragen habt das aufbrausend ich werde werft einen blick darauf ich glaube wir haben noch einen schmied vergessen da bei flusswald was mir gerade auffällt da dieses aromalädchen immer wieder gerne ich bin sicher ihr findet ich werfe deinen blick darauf denkt an mich die besten waffen und rüstungen na shit ihr könnt jederzeit kommen wenn wir waffen oder rüstungen brauchen eine schmiede macht niemals heiße von der buch aus was nun irgendetwas brauchbares ja durchaus bei den göttern was für eine magie schade schade werft einen blick darauf bis zum nächsten schade da kommen r hier k haben die sind auch die eine neue klinge nein ich brauche noch sachen die ich kaufen kann was auch immer ihr benötigt bei ist mir wenn es einfach und stark ist kann ich es schmieden braucht ihr eine neue klinge was auch immer ihr kein problem mit dem schlaf wenn ihr die rohmaterialien gerdus sie und hot betreiben die mühle ganz gut davon dass ich extra schärfe und die sägemühle repariere braucht ihr eine neue also der will mir anscheinend nichts verkaufen was ich dann doch eher sehr sehr schade finde ich habe eine menge preist die götter so es so Das war's für heute. ich muss euch gut schön dass wir das gerade geklärt haben ich habe die besten waffen und rüstungen vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen weil sie etwas braucht ja ich glaube das war's ich sage nicht dass ich der beste schmied im weißlauf ging oben in der drachen fest klingen helme so ziemlich alles was ihr braucht bis zum nächsten mal braucht pfeil und bogen für den mächtigen jäger es war mir eine freude mit euch geschickt ach wirklich war es das nun zurück zur diebesgilde fuck die eine hat doch noch paar eisenbarren egal ja immer eine freude was kann ich für euch tun willkommen werft einen blick drauf ja sucht klingen helme so ziemlich alles was ihr braucht ich war dann seid ihr also ein alchemist ich habe an wenn ihr das werft einen blick darauf ich habe um überhaupt nicht zu sehen ach um Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ich kenne Leute wie euch, die immer nur herumschleichen. Ich schleiche doch nicht herum, ey. Doch, Training, bitte, bitte. Fuck. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Wollt wohl sehen, wie... Wollt wohl sehen, werft einen Blick darauf. Ich mache es nicht. Ja, das ist wie... Ich mache es nicht. Ich habe es nicht. Wenn die Arme war, sollte ich nicht. Das ist ja schlimm, dass ich auch nicht mehr so klappt. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das war's für heute. was wollt wollt ihr euch schützen oder schaden austeilen so ist in der art ob ihr eine rüstung oder eine neue klinge braucht kommt einfach vorbei mein liebster sauf besorgt mal ein wenig mehr zeigt mal oh etwas hiervon etwas davon kommt schnell wieder zurück und flink nahe wahr du seht euch nur gründlich um ich bin sicher ihr findet wonach ihr sucht ja ja ihr seid also an meinen zaubertränken und zutaten interessiert bis zum nächsten mal ich werde wohl nicht am besten was gibt es nun gut dann lasst mal sehen was ihr da habt los oud h h Hatte ich noch hoffen? Ja. Hatte ich hoffentlich noch meine Sachen. Oder die Sachen, die ich brauche. Du gefällst mir nicht. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Naja. Leider nicht. Doch, Schneebären. Sehr gut. Ihr braucht etwas. Ja, ja, ich brauche noch Ding. Eisen und so. Anscheinend... Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn wir Waffen und Waffen brauchen. Jeder macht niemals Pause. Fassabend. Eine Eier ist meine Beste. Fühler, Fassabend. Ja. Werft einen Blick darauf. Kommt zu mir, wenn ihr etwas Geschmiedetes braucht. Braucht ihr eine? Die besten Waffen und Rüstungen. Noch eine Sache möchte ich noch. Silberbarren. Dann arbeite ich mal weiter. Ja, okay. Falkenring. Ja, Falkenring und Dämmer. Äh, Dämmerstern. Das sind so die zwei einzigen, die... ...die ich noch liebend gerne gebraucht hätte. Schreckliche und mächtige Kader. Ich habe eine Menge. Preist die Götter. Na, die will ich nicht preisen. Ja. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Naja. Ja. 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 Doch, keine Schnifte. Das geht dann. Ja. Ja. Das ist laut. Das ist laut. Das ist laut. Das ist laut. Vergesst nicht, auf den Ring reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, das sind so ein paar Barren, die ich noch dabei hatte. Ja, das ist gut. Ich muss euch... Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Wir sind so ein Krim, dann pass das schon. Wir sind so ein Krim. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bevor wir weitermachen, gehen wir kurz zu mir nach Hause, zu unserem Häuschen da und schauen einfach mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben Ringe. Wir haben wirklich viele Ringe jetzt. Ja, scheiß Game, Mann. Das muss also das wunderschöne Wetter... Wir dürfen hier nochmal hinreisen. Reisen. Ja. 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 Nein. Nein! Nein, ich glaube, da kommt nichts mehr zu schwingen. Ich glaube, da kommt nichts mehr zu schwingen. Ich glaube, da kommt nichts mehr zu schwingen. Ihr seid wieder zuhause. Schaut mal was ich... Papa, ihr seid zuhause. Ja, ein Buch. Ja, ein Buch. Ich hab da irgendwas reingemacht, was mir gehört. Ja, ein Buch. Ja, ein Buch. Ja, ich glaub, ich brauch noch Redekunst. Ja, Redekunst bräuchte ich wirklich. Beschwörung. Ja, Redekunst. Ja, bitte. Immer eine Freude, Boss. Was kann ich für euch tun? Ihr braucht etwas. Ist eure Waffe, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, das bin ich. Ich hab... Werft einen Blick darauf. Bis zum nächsten Mal. Ich ripp... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein Chef. Hallo? Fuck. Ich bin ein Chef. Wartet mal, bevor wir warten. Ich habe eine bessere Rede jetzt, eine viel bessere. Ich habe eine bessere Rede. Die Beschwerung kam mir doch schon weit an das da. Ich habe eine bessere Rede. 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 Ich habe eine bessere Rede.